Mit einer guten Anmeldung kann man das lernen und das in jedem Alter. Also ich habe von 14 bis, der Älteste war über 70, allen das gelernt. Wenn man immer seinen Fähigkeiten entsprechend fährt, dann wird man auch nicht stürzen und dann irgendwann grußt man einfach entspannt durch die Natur und man hat Spaß.